Guten Abend! Das tolle Ding von Vileda. Der Vileda Wischmob. Macht Schluss mit schmutzig nassen Händen und Bücken. Ganz einfach so. Sieb aufstecken, Wischmob eintauchen, ausbrängen und aufwischen. Für alle glatten Böden, Ecken und Treppen. Das tolle Ding von Vileda. Vileda Wischmob. Das Mille Pflegeschampoo von Nivea Worin liegt es, dass immer mehr Frauen immer öfter ihr Haar mit dem Pflegeschampoo von Nivea schöner pflegen? Liegt es an der ganz besonderen Milde? Ja. Am neutralen pH-Wert? Mhm. An den zusätzlichen Proteinen und den wertvollen Wirkstoffen? Ja. Es liegt wohl daran, dass das Pflegeschampoo von Nivea die ganze Pflege hat, die oft gewaschenes Haar braucht. Das Milde Pflegeschampoo von Nivea. Die ganze Pflege für oft gewaschenes Haar. Manche Reinigungsmethoden, die sind etwas zu ätzend. Da lässt sogar die Natur den Kopf hängen. Das neue umweltbewusste Tarax reinigt schonend mit der Kraft der Zitrone. Der Test auf der Haut beweist, was so schonend schäumt, schont auch die Umwelt. Tarax. Umweltbewusst mit der Kraft der Zitrone. Guten Abend. Wussten Sie schon, dass die BfG eine besonders vorteilhafte Geldanlage anbietet? Es ist der BfG-Kapitalsparbrief. Sie kaufen ihn ab 1000 Mark, müssen sich um nichts kümmern, denn es gibt kein Kursrisiko, sondern feste attraktive Zinsen vier Jahre lang auf Ihr Sparbuch überwiesen oder jährlich bar ausgezahlt. Sprechen Sie mit der BfG. Guten Abend. Der große Omelett-Trick. Oh ja, Papi, klasse. Oh, oh weia. Mahlzeit. Nicht schlimm, da nimmt man Zeva-Wisch und weg. Wisch und weg schafft das? Na, er ist recht mit seinem Saugkraftverstärker. Hier der Beweis. Links Zeva-Wisch und weg ohne, rechts mit Saugkraftverstärker. Mit Saugkraftverstärker saugt es sichtbar besser. Mit einem Wisch ist alles weg. Tatatata. Au. Da nimmt man Zeva-Wisch und weg. Mit einem Wisch ist alles weg. Zeva macht den Unterschied. Viele Dinge, die wir essen, sind etwas schwer. Gervé Obstgarten ist eine Alternative. Er ist leicht und schmeckt. Gervé Obstgarten. Jetzt erlebt Karies sein blaues Wunder. Colgate-Gel, hey, schluckt die Waut. Sicht Karies weg, strahlt blickenblau. Colgate-Gel macht morgens frisch und abends schmeckt's verführerisch. Colgate-Gel, komm, Schnucki, putz. Hol dir gesunden Karies-Schutz. Colgate-Gel schmeckt jedes Mal grenzenlos, einfach genial. Colgate-Gel mit Fluor und Mineralien schützt vor Karies. Mit Vergnügen. Lachs-Schutz. Salat. Toll, was McDonalds er hat. Flackig, frisch, frisch. Ja, Salat, 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 Chefsalat. Mexikaner-Salat, komm, weiß. Gut gemisch, frisch, aufgetischt. Zum kleinen grünen Preis. Hast du heute Lust auf McDonalds? Chefsalat, Mexikaner-Salat. Ich hab heut Lust auf McDonalds Nicht mehr, denn jetzt bekommen Sie beste Persilqualität phosphatfrei. Ein großer Fortschritt, denn jetzt ist es gelungen, beste Persilreinheit und Pflege mit besserer Schonung unserer Umwelt zu verbinden. Wieder einmal ist Persil das beste Persil seiner Zeit. Wählen Sie das beste Persil für sich. Das bewährte Persil oder das neue Persil phosphatfrei. Das beste Persil für Wäsche und Umwelt. Tja, mittlerweile haben fast eine Million Leute schon den Pepsi-Test gemacht. Wie hier in Köln. Schauen wir mal. Christoph, magst du Pepsi? Nö. Dann mach mal den Pepsi-Test. Christoph probiert jetzt drei Colas. Da entscheidet echt nur der Geschmack, wie man sieht. Na, und? Die schmeckt mir am besten. Pepsi, das gibt's ja nicht. Pepsi gewinnt nicht immer, aber so wie Christoph entscheiden sich viele. Mach den Pepsi-Test. Der Bauknecht-Geschirrspüler lässt mit nur 22 Liter Wasser die Teller glänzen. Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Miraculi, das Original hat jetzt... ...Denta, flüssige Haftkraft. Italien. Land voller Kultur und sonnendurchfluteter Landschaften. Hier gedeihen Früchte ohne Gleichen. Trauben, süß und saftig. Unter südlicher Sonne natürlich gereift. Verwöhnen sie sich und ihre Familie mit fantasievollen Desserts und köstlichen Torten. Das ist Ars Vivendi, die Kunst zu leben. Trauben aus Italien. Jetzt täglich frisch bei ihrem Kaufmann. Ein neuer Tag beginnt, voll Sonne für uns zwei. Komm, lass uns diesen Morgen feiern, mit Jakobs mild und fein. Guten Morgen mild und fein, fein und naturmild, volle Sonnenschein. Guten Morgen mild und fein, so wunderbar kann jeder Morgen sein. Norbert Jakobs mild und fein, mild im Geschmack, fein im Aroma. Guten Morgen mild und fein. Hier sehen Sie, wie Sie 1, 2, 3 eine ganze Mahlzeit auf den Tisch zaubern können. McCain ganze Mahlzeit. Nusprige Pommes frites sind immer dabei. Das sind Tiefkühlmenüs, die nicht nur von Kindern heiß geliebt werden. Hey, das ist meine ganze Mahlzeit. Sechsmal ganze Mahlzeit. Der Appetit kommt mit McCain. Das sind Tiefkühlmenüs, die nicht nur von Kindern heiß geliebt werden.